Wann ich meinen gesetzlichen Rentenanspruch, den ich erarbeitet habe, an meine Freundin vererben, geht das? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Meine Damen und Herren, ich habe mal wieder eine solcher Fragen erhalten, die wirklich sehr kurios sind, wo man sich auch mal Gedanken machen muss über das Thema. Ja, Sie wissen das ja, dass wenn Sie Vermögen auf Ihrem Konto haben und dann können Sie ja, wenn Sie nicht sonderbar geistig völlig umnachtet sind, auf einem Blatt Papier dann da was draufschreiben und zwar Testament. Ja, und dann können Sie das meinetwegen einer dritten Person, die Sie nicht, der Sie besonders, also die Sie gut leiden können oder aber auch Ihrer Freundin neben der Ehefrau, meinetwegen auch die Geliebte, das ist alles völlig wurscht, können Sie das alles de facto vererben. Sie müssen es halt nur schriftlich niederlegen, am besten mit Vor- und Zunahmen noch fakturieren ordnungsgemäß. Das bitte nicht auf dem Computer machen und dann unterschreiben, das geht nicht, sondern das müssen Sie handschriftlich machen oder Sie gehen zum Notar. Nur mal so zum Allgemeinen, der Form halber, wie ein Testament bitte auszusehen hat. Ja, Sie können ein Testament im Übrigen auch auf dem Bierdeckel schreiben. Hauptsache, man kann den Aussteller erkennen und sieht auch die Unterschrift. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt da einer auf die glorreiche Idee und macht ein Testament und schreibt da rein, Ich vererbe dir, meine heißgeliebte Susi, meine 2000 Euro Monatsrente, die ich angespart habe, denn ich will nicht, dass meine Frau die als Witwe bekomme, weil ich bin ja todsterbenskrank. Ich will die sozusagen dir, meine liebe Susi, vermachen. Meine Frau kann ich nicht leiden. Punkt. So, dann macht er ein Testament, geht vielleicht sogar zum Notar und macht ein Testament. Der wird ihm da aber wahrscheinlich sagen, naja, da hat er schwere Bedenken, aber er schreibt selber zu Hause so ein Testament und er stirbt dann und die Susi findet das Testament und geht damit zum Nachlassgericht. Das Nachlassgericht erstellt dann auch einen entsprechenden Erbschein und Susi geht dann zur deutschen Rentenversicherung und will sich die 2000 Euro Monatsrente auszahlen lassen. Ja, meine Damen und Herren, da hat die Susi aber den Pakt mit dem Teufel gemacht, nämlich mit dem Teufel im Gesetz. Ja, so, wir haben da das SGB I. Das SGB I ist das allgemeine, der allgemeine Teil des Sozialgesetzbuches und der regelt zum Beispiel unter anderem auch die Frage der Erbfolge, Sonderrechtsnachfolge und vor allen Dingen den Ausschluss der Rechtsnachfolge. Meine Damen und Herren, es gibt eine Sonderregelung im Paragraf 59, das zeige ich Ihnen jetzt mal, ein ganz tolles Gesetz, was uns da weiterhilft und da steht Folgendes drin. Ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen höher kriege, dass Sie das auch gut sehen können. Also ich hoffe es mal, dass es so mal geht. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also ich lese es mal vor. Ansprüche auf Dienst- und Sachleistung erlöschen mit dem Tod des Berechtigten. Völlig klar, im Sozialrecht, wenn jemand verstorben ist, dann hat er keinen Anspruch mehr auf eine Zahnbehandlung. Ich mache das bitte wirklich nicht lächerlich, sondern ich will Ihnen einfach nur klar machen, wie das hier läuft. So, und jetzt kommt der Satz 2, der ist total interessant. Ansprüche auf Geldleistung erlöschen nur, wenn sie im Zeitpunkt des Todes des Berechtigten weder festgestellt noch ein Verwaltungsverfahren über sie anhänglich ist. Ja, meine Damen und Herren, was sagt denn uns das? Dieser Satz 2 sagt, dass wenn Sie als Arbeitnehmer 59 Jahre alt ein Testament machen und Sie wissen, dass Sie nächste Woche sterben und Ihre Freundin soll dann Ihre Rentenleistung bekommen und Sie haben keinen Anspruch auf einen, kein Antrag gestellt auf eine EM-Rente oder keinen Antrag gestellt auf ein, wie auch immer geartetes Altersrentenverfahren, dann erlöschen die Ansprüche auf Geldleistung. Und die Rentenleistung, meine Damen und Herren, ist eine Geldleistung. Das heißt also, Sie als Anspruchsinhaber können nicht darüber entscheiden, wer hier die Rechtsnachfolge antritt. Das ist ganz klar. Das heißt also, dieses Testament mit dieser Klausel dürfte in Bezug auf § 59 SGB I absolut unwirksam sein, weil Sie nämlich als potenzieller Rentenbezieher hier noch gar keine Ansprüche auf Geldleistung aus der Rente haben und damit erlöschen die, ja, das sagt das im Umkehrschluss, dieser Satz, weil ja zum Zeitpunkt des Todes des Berechtigten weder da was festgestellt war oder nicht. Aber was nicht erlöscht ist Folgendes. Jetzt hat unser Testierer hier eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragt. Meinetwegen schon im Jahr 2023. Und die Bewilligung dieser Rente erfolgt am 01.06.2024. Aber unser Rentenempfänger ist am 15.05.2024 leider aufgrund der Erkrankung verstorben. Er hatte ja in der Zwischenzeit ein Testament gemacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt mit den Rentenleistungen, auf die er ja an sich in Anspruch gehabt hätte, weil die ja durch die Rentenbewilligung hier bewilligt worden sind. Also die Rente vom 01.06.2023 bis zum 15.05.2024. Also diese Geldansprüche, die dort festgestellt worden sind, die sind sehr wohl durch Rechtsnachfolge zu lösen. Aber auch hier Vorsicht, meine Damen und Herren, wir haben hier auch eine Regelung, die eine sogenannte Sonderrechtsnachfolge hervorruft. Das heißt also, fällige Ansprüche auf Geldleistungen stehen beim Tod des Berechtigten nacheinander, dem Ehegatten, dem Lebenspartner, den Kindern, den Eltern und dem Haushaltsführer zu. Das heißt also, dieses Testament, wenn man es so auslegen würde, dass hier die Freundin eigentlich die Erbin dieser 12, 13 Monate oder 11 Monate EM-Rentenleistung wäre oder sein sollte, die hätte da möglicherweise auch den Zonk gezogen, weil nämlich über den Paragraf 56 die Sonderrechtsnachfolge hier geklärt ist. Nur wenn es keinen Sonderrechtsnachfolger gäbe, dann könnte unser Versicherter oder unser Verstorbener dies hier durch Vererbung regeln. Aber, meine Damen und Herren, im Grundsatz kann ich Ihnen nur eins sagen. Nicht fällige Geldleistungen, Rentenanwartschaften können Sie grundsätzlich nicht vererben. Also zumindest nicht gesetzliche Rentenanwartschaften. Bei privatrechtlichen Rentenanwartschaften sieht die ganze Geschichte anders aus. Da können Sie alles vererben. Aber hier, oder zumindest einen großen Teil vererben, aber hier im gesetzlichen Rentenrecht ist ein Vererben von Rentenanwartschaften nicht möglich. Was aber passieren kann, ist, dass Ihnen Rentenanwartschaften durch einen Gläubiger gepfändet werden können. Das ist sehr wohl gut möglich. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu können wir auch noch mal ein Video drehen, wenn Sie das wollen. Müssen Sie uns einfach noch mal anschreiben zu diesem Thema. Ich wollte damit nur sagen, eine Vererbung von Rentenanwartschaften als nicht fällige Geldleistung geht nicht. Und dann als weiteres haben wir noch den Ausschluss des Vererbens durch die sogenannte Sonderrechtsnachfolge. Alles nachzulesen im Sozialgesetzbuch Nr. 1. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.